größe leute es ist freitag und die erste tja erst muss der prüfgeschichte dieses jahres anscheinend und was besser kommt man anfangen da als erstes rauskam anscheinend akibus strip bin ein bisschen hinten nach ich weiß ich hätte schon gestern machen sollen aber ich hatte keine lust ich werde ja nicht dafür bezahlt auf jeden fall was jemand die spiele nicht kennt und ich glaube bis auf selbst ich kenne nur die version die es auf steam gibt es gab eine vorgängerversion die sich glaube ich eher noch an dem teil jahre orientiert obwohl es glaube ich groß das original und nur das grobe umfeld davon nimmt die originalversion von akiva strip ist nur auf der ps vita herausgekommen hat ja und nur in japan also ich glaube auch nicht dass es außer von japan irgendwo den release gab man sieht auch nicht wirklich sehr viel material im bildform oder sonstigen im internet herumfliegen darüber außer heute eben heute den teil der auf steam kamen da gibt es da gibt es ein let's plays zum bis zum ende aller zeiten warum weil es ist ein spiel wo du leute attackiert und ausziehst oh yeah runter getont für die amerikanische und westliche komische aber ist okay 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 meine güte simpel einfach graddienig edgy comedy was kommt groß dazu sagen dass das den unlikely character wieder mal den typischen otaku akiba fanboy der einfach nur sein leben nachbringen würde dass er sich so viel geld wie möglich anscheinend für figuren ausgibt und für sammlerobjekte wo man ja sagen muss ja okay nichts dagegen zu wenden und dass seine einzige wirklich gute fähigkeit ist dass er sehr sehr gut sich sachen schnappen kann anscheinend da das da das jahrelang geübt hat in den ganzen schlussverkäufen und den ganzen verkaufsstationen wo er sich herumtreibt man bekommt auch wirklich in dieser episode einen richtig schönen exposition dump man sieht eine menge von den bereits fix eingearbeiteten charakteren man hat eben hauptcharakter tamotsu tamotsu ich könnte meinen finger drauf legen dass es irgendein wortwitz ist aber ich komme nicht drauf ehrlich beim weiblichen gegenpart zu ihr dann dann eben zukünftigen partnerin matome weiß man wo der wortwitz herkommt man muss eben a und o austauschen und dann weiß man oh und wenn du weißt wie der wortwitz geht dann oh wow flacher ball extrem aber egal auf jeden fall du hast das typische leben in akiwara vom anime standpunkt her mit privaten security force mit so einer etwas übertriebenen kleinen lauten tussi mit ihren ihren bulligen wirklich aufgebufften helfer typen und du sagst ja okay und das auch gleich hier so eine art so eine art foreshadowing in der ersten episode in auf die kämpfe was darauf losgehen weil eben man damit zuerst am anfang das ist aber ganz kurz jemanden auf der straße bekämpft und dann auch gleich wieder verschwinden weil es alle alles mehr wer für eine show halten du hast dann auch gleich noch arisa eine große blonde mit riesen möpsen die mehr so den den typischen gaijin effekt reinhängen und merken dass das eben nicht keine ortsansässige ist und vor allem der witz ist dass sie anscheinend ein extremes powerhouse ist anscheinend also dass sie ziemlich viel kraft hat anscheinend das wird auch schon im intro gezeigt dass sie wirklich ja genauso wenn ich sogar mehr versessen ist auf die otaku kultur als unser hauptcharakter hier sondern nene sie ist außerdem leidenschaftliche cosplayerin und eben wirklich ein tank ok sie ist ein tank was nicht lustig ist weil sie ihn nicht spülen was ist also im steam nicht darüber gebraucht aber ok auf jeden fall und da bekommst du das ganze am schluss damit so vor allem durch seine wirklich nervige kleine schwester die mir als einzige wirklich groß aufgefallen ist sofort weil ich ihre stimme schon aus overlord und ray zero in ein paar nebencharakteren wiedererkannt habe deswegen sehr sehr einprägsame stimme auf ein bisschen plus ein paar andere relationen zu anbauen aber das ist nebenbei unwichtig für die meisten privat auf jeden fall und du hast dieses hier eine diese düstere bedrohung auf aki avara das dass da einmal leute besessen werden und anfangen leute anz attackieren oder so mehr zombie artig weil die version auf steam die wir zum beispiel haben hier bei uns jetzt sieht das mehr in die richtung so vampir geschichten hier hast du es aber ebenso ist sie wollen sich mehr mit zombies mehr oder weniger und nicht nicht das licht ist das problem sondern dass ihre haut extrem empfindlich ist und dass sie den direkten luftkontakt nicht ertragen und darauf muss man sich ausziehen was eigentlich egal ob du es von klamottentechnischen von luft oder licht und baders ziemlich ab ok logik nicht hier anwenden ok das ist der hook für die serie und wenn der weg ist ist es sinnlos hier braucht man keine logik ist es ist einfach nur reiner spaßfaktor ok und so spielen sie es auch aus wie gesagt muss ich sagen edgy mäßig sind sie weitaus ruhiger zumindest jetzt in der ersten episode wer weiß was noch kommt edgy aspekt ist nicht so hoch wie man das gedacht aber du wirst mehr leute mehr leute unterwäsche rumlaufen sehen oder noch was anderes ein paar shots nicht so viel aber folgst du oder folgst du der artstyle von sachen was trigger macht ungefähr also es ist wirklich ober der top wirklich schnellen artstyle also wirklich in den anfang 2000er ok artstyle es ist wirklich schnell was sie wollen wenn die komödie animes großes angewendet haben sehr einfach aber trotzdem sehr lebendiger als sehr viel farben sehr bunt vor allem ist definitiv spaß also dann dürfte ich auch die optik nicht so stören aber für die erste episode gut du hast einen guten einblick in die ersten paar charaktere die das hauptfeld umgehend machen du hast einen teaser für die nächsten paar hauptcharaktere zb du hast noch ein paar so nerdige charaktere die neu reinkommen werden in den nächsten episoden wurden schon angeteasert und so weiter am ende der episode und es ist die typische girl meets boy boy meets girl situation sie bekämpft das böse er geht dazwischen bekommt mehr oder weniger einen abgebrochenen baseball in die brust geschoben also ok sie natürlich im mehr oder weniger im schuldigkeitswahn der in japan hier wirklich interessanterweise eigener fetisch ist witzigerweise schon das ist wirklich schuld haben ist ein fetisch in japan okay ich schmeiß keine steine ich hab schon wirrere sachen gehört und gesehen in meinem leben und ja mehr oder weniger übergibt eben ihm ebenfalls diese fähigkeiten die sie hat um halt eben sein leben um zu retten und für zu dem heraus dass er eben durch seine jahrelangen verkaufsorgien die er hat sie quasi das schnelle suchen durch regale unglaublich gute reflexe hat und gut leuten leuten sachen aus den aus 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 ziehen konnten jetzt wird es schnell sachen zu ergreifen wie gesagt logik hier nicht anwenden das ist kein platz logik logik you out hier okay aber im großen und ganzen comedy mäßig gut nix überragendes edgy mäßig ebenfalls gut wesentlich ruhiger am anfang jetzt gerade wer weiß wohin sie noch gehen wollen damit ansonsten solide einfach du kannst es dir auch nicht schauen es ist noch nichts wo sagen du hupf pflichtpunkt es ist es ist mehr so wenn du die spiele gespielt hast als das spiel das wir hier bei uns hatten oder vielleicht auch beide wer weiß roms gibt es im ganzen internet also wenn du eben die steam version hast ja es ergänzt das ganze ein bisschen ist angenehm anzuschauen wie gesagt es ist noch nicht es hat noch nicht zu laufen wollen es macht erst die ersten schritte jetzt gerade das neue jahr ist ja immer so dass du erst mal was was eigentlich auf uns los gibt es ein paar andere titel auf die ich definitiv eingehen möchte dann später noch zumindest in den ersten ein zwei episoden ich weiß nicht wie mehrere dieses jahr verfolge also es wird ein stressiges jahr wahrscheinlich wenn ich sowieso sehe was meine planungen sind deswegen genieße ich letzten urlaubstage ein bisschen in vollen zügen mit schlafen auf jeden fall akibus typ genau wie man es aussprechen ist immer noch ist auf jeden fall egal wie man es ausspricht ist noch nie falsch ja kann ich weiterempfehlen falls du mit edge job kid bist mit einem ober top artstyle und wenn wirklich üblichen charakter klischees ja ja ich bin okay ist ein vernünftiger start ins jahr will ich sagen ja in diesem fall erst mal zurück red 2017 hat angefangen für heute habe ich noch einen ich glaube einen habe ich noch ein habe ich noch zumindest bis zum nächsten video stark aber jetzt brauche ich aber richtig komisch der café wie ich war es war jetzt irgendwie so